Gemeinnützige Stiftungen fördern Projekte, helfen Menschen, ermöglichen soziale Arbeit, unterstützen Ideen und sie erfordern ein professionelles Management. Hamburg ist Stiftungshauptstadt und das mit mittlerweile über 1500 Stiftungen. Darunter einige große, aber auch viele kleine Stiftungen, deren Arbeit von einem meist ehrenamtlich tätigen Vorstand verwaltet wird. Und das, obwohl Stiftungsverwaltung äußerst umfangreich ist. Denn zu einer effizienten Verwaltung gehören eine Finanz- und Vermögensverwaltung mit einer renditeoptimierten Anlagestrategie, regelmäßige Vorstandssitzungen, Kommunikation mit der Stiftungsbehörde und dem Finanzamt, das Erstellen von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen und natürlich ein effektives Antrags- und Fördermanagement. Das alles nimmt Zeit und Ressourcen in Anspruch. Um Vorstände zu entlasten, gibt es den Diakoniestiftungsverbund. In unserem Stiftungsverbund steht der gute Zweck im Mittelpunkt. Wir haben ihn 2016 gegründet, um die Verwaltung sozialer Stiftungen zu professionalisieren. Wir kümmern uns um die gesamte Stiftungsverwaltung. Ehrenamtliche Vorstände werden entlastet und die Buchhaltung wird beispielsweise bei uns aus einer Hand abgewickelt. Unser Ziel? Soziale Arbeit in Hamburg stärken und Stiftungspotenziale voll entfalten. Sind Sie dabei?